Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Luftvolumenströme und Luftauslässe mit DDS-CAD. Dieser Film zeigt den Weg zur Ermittlung der geforderten Luftvolumenströme der Zu- und Abluft sowie die Planung der Luftauslässe in DDS-CAD. Für die Planung einer Lüftungsanlage wird zunächst das Lüftungssystem definiert. Neben der raumlufttechnischen Anlage kann auch die Wohnraumlüftung oder die WC-Abluftanlage ausgewählt werden. In den Räumen definiert der Anwender den benötigten Lüftungstyp. Im Anschluss wird der Volumenstrom der maschinellen Lüftung ermittelt, der den Räumen zugrunde gelegt werden soll. Verschiedene Berechnungsvarianten stehen zur Auswahl. Der Volumenstrom kann zum Beispiel personenbezogen über den hygienischen Mindestvolumenstrom oder über den mechanischen Luftwechsel berechnet werden. Zusätzlich ist auch die Berücksichtigung von Schadstoffemissionen möglich. Die Einstellungen für die weiteren Räume haben wir für diesen Film bereits vorgenommen. Im Gebäudedialog wird der Gesamtvolumenstrom des Zuluft- und Abluftsystems berechnet. Zudem kann auch die Zulufttemperatur zugrunde gelegt werden. Über die Zulufttemperatur ist es möglich, eine Wärmerückgewinnung über Wärmetauscher in der Heizlast zu berücksichtigen. Neben der Lüftungsheizlast der Zuluft werden gegebenenfalls auch die Infiltrationen über die Gebäudehülle bei Abluftüberschuss und die Überströmung der Nachbarräume mit in die Heizlastberechnung einbezogen. Im Raumtext werden die Volumenströme automatisch hinterlegt, um im Anschluss die Anzahl der Luftauslässe festlegen zu können, die im Raum platziert werden. Die Luftauslässe können frei oder in einer abgehängten Decke platziert werden. Zu diesem Zeitpunkt sind vordefinierte Volumenströme in den Artikeln hinterlegt. Um gegebenenfalls eingreifen und Fehler in der Planung vermeiden zu können, liefert DDS-CAD dem Anwender hilfreiche Informationen und beachtenswerte Hinweise. Die ermittelten Volumenströme der Räume werden automatisch auf die Anzahl der gesetzten Luftauslässe aufgeteilt. Ist der im Luftauslass berechnete Volumenstrom größer als der im Artikel hinterlegte, so wird der Anwender über eine Liste aller Räume gewarnt. Die entsprechenden Luftauslässe werden in rot dargestellt. In der maschinellen Lüftung können verschiedene Varianten zur Volumenstromermittlung verwendet werden. Auch Schadstoffemissionen können dabei berücksichtigt werden. Die Lüftungsanlage wird auch in der Heizlastberechnung berücksichtigt. Die tatsächlichen Volumenströme werden automatisch auf die platzierten Luftauslässe aufgeteilt. Kontrollfunktionen wie Informationsliste und Liste aller Luftauslässe bringen höchstmögliche Sicherheit für die Planung.